So, willkommen heute zur nächsten Folge von Path of Exile. Und als erstes zeige ich euch mal ein bisschen den Skilltree, den ich mir jetzt zusammengestellt habe und den ich für meinen Ranger benutzen möchte. Also hier seht ihr erstmal den allgemeinen Skilltree. Ich will von der Ascandancy meinen Ranger auf Dead Eye skillen und habe mir da ausgewählt, also auf jeden Fall hier mal, dass ich Bleeding, dass mir das kein extra Damage mehr verursacht, wenn ich mich bewege. Das ist für mich immer eine ziemlich gefährliche Situation, weil ich versuche wegzulaufen, bin verletzt worden und habe dann eben das Problem, dass ich stärkeren Schaden erleide und dann durch das Weglaufen eher sterbe, als dass es mich in Sicherheit bringt. Das zweite ist dann hier, dass die Projektile, wenn sie weiter fliegen oder in größerer Entfernung mehr Schaden verursachen und dann hier natürlich nochmal die Genauigkeit zunimmt um 200 Accuracy Points und dazu auch ein weiteres Projektil geschossen wird. Und ansonsten hier nochmal Attack Speed, Projektil Speed und Damage nach oben. Die anderen beiden Knoten, die ich dann nicht aktiviere, sind letztlich hier, dass ich Piercing machen kann und dass der Pfeil letztlich nochmal zurückkommt. Was ich allerdings jetzt nicht so spannend finde, weil ich halte es nicht für so wahrscheinlich, dass ich das so oft, gerade bei Bossmonstern nützt es mir nichts, weil ich ja muss ja die Bosse killen und habe da jetzt nicht unbedingt, dass ich dahinter noch jemand erwische und dass der Pfeil dann zweimal durch den Boss durchkommt. Und hier das Skill Chain, noch ein zweiter, das ist jetzt auch für den Fall nicht so relevant, weil ich werde kaum Skills benutzen, die überhaupt mit Stain verwenden. Soweit also die Spezialisierung für den Ranger als Dead Eye. Und jetzt noch zu dem Gesamtskill-Baum. Also klar, ich habe vorwiegend Skill-Fähigkeiten ausgewählt, die mir dabei helfen, dass ich mit dem Bogen mehr Schaden anrichte und besser treffen kann, Critical Strike Chance und so weiter. Und dann natürlich noch ein paar andere Spezialisierungen. Einmal hier Chaos Resistant und Chaos Damage noch ein bisschen nach oben bringen, weil ich denke, ich werde auch den Gift-Pfeil, der, glaube ich, Chaos Damage macht, ganz gut verwenden und einsetzen können. Das andere ist noch ein bisschen die Live-Regeneration nach oben zu bringen. Da oben einmal den Knoten und hier unten nochmal mit 1,6 den Knoten zu holen. Dazu auch ein bisschen Mana-Regeneration, wenn ich sozusagen schon mal hier unten in der Ecke bin. Dann habe ich hier unten noch eine Ecke ausgewählt, damit ich eben solche Alignments verhindere. Vor allen Dingen das Einfrieren ist besonders wichtig, dass ich da gute Chancen habe, eben nicht eingefroren zu werden. Hier kann ich eventuell nochmal den einen oder anderen rausnehmen, falls es sinnvoll ist, hier außerdem einen Juwelensoket zum Beispiel noch den zweiten zu aktivieren. Wenn ich da gute Sockets, also gute Juwelen finde, um die hier zu verwenden, dann kann ich mir das noch überlegen. Dann habe ich hierher noch die Resistenzen nach oben genommen für Lightning, Fire & Call. Das werde ich vor allen Dingen gerade in den höheren Schwierigkeitsstufen auf jeden Fall brauchen, weil es da schwierig ist, überhaupt die Resistenzen auf 0 zu bekommen. Also, dass man nicht zusätzlichen Schaden erleidet, allein durch die Resistenzen, weil ja da entsprechende Malus getroffen sind, glaube ich, 20 und 40 Prozent oder sogar 60. Das muss ich nochmal schauen dann in den Schwierigkeitsstufen, was sozusagen der Standardabzug ist über die Resistenzen, die dann auf jeden Fall gut ausgebaut sein sollten, damit ich hier den Schaden minimieren kann. Und besonders die Chaos Resistenz ist sozusagen das, was am schwierigsten dann hochzubekommen ist. Soweit mein erster Entwurf für den Charakter, den ich jetzt hier mit euch weiter skillen und spielen werde. Und jetzt dann eben auf ins Spielen. Das nächste ist dann auf zu Brutus. Hier auf jeden Fall erstmal die erste Essenz wieder für heute. Und ja, Essenz of Woe ist, glaube ich, eine neue. Die habe ich noch nicht gehabt. Ach doch, das ist die mit den Blitzen. Doch, die hatte ich schon einmal. Da fliegen dann diese komischen Begleiter da rum und haben mich mit den Blitzen angegriffen. So, da drüben ist, glaube ich, auch schon der Bossgegner für diese Gegend. Das ist nämlich dieses eine Skelett. Was, glaube ich, entweder Frost oder was das umgibt. Gleich mal schauen. Genau, da drüben ist er. Genau, Resist Call Damage. Was jetzt kein Problem ist, weil ich benutze ja eh im Moment Gift. Also, beziehungsweise hier Chaos, ne, Physical Damage hat der. Und der andere eben Feuer Damage, womit eben der Schaden letztlich nichts nützt. Oh, es ist unglaublich. Schon wieder gleich zwei Items, die mir ein Chromatik Orb ermöglichen. So, den kann ich schon mal wegwerfen, den benutze ich eh nicht. Und dort auch einen goldenen Iron Ring. Gleich mal wieder nachschauen, was der noch so für Fähigkeiten mitbringt. Okay, zusätzliche 10% Elemental Damage mit Weapons. Okay, Rarity of Items ist jetzt nicht so spannend. Agorys Shield, also so viel Spannendes hat er nichts. Aber es ist auf jeden Fall ein paar mehr Bonus-Elemente als vorher. Mal gucken. Jetzt hat er 101 und danach 104. Gut. Ah ja, hier habe ich jetzt Haku. Ja, so weit hier der erste Master und natürlich auch gleich die erste Master-Mission, wo ich dann wieder ein Spirit abholen soll. Mal, also jetzt am Anfang sind die ja zum Glück noch ziemlich leicht und haben auch nicht so viele verschiedene Alignments von wegen Totems oder irgendwelche anderen Sachen, die dann die Area natürlich auch noch um einiges gefährlicher machen. Jetzt bin ich wieder ein Level aufgestiegen und kann meinen nächsten Skillpoint vergeben. Und jetzt muss ich mir nur überlegen, aufgrund der Matrix, die ich ja vorhin gezeigt habe, welchen Weg ich mir jetzt am besten erstmal erschließe. Weil ich denke, ich werde erstmal runtergehen und die Lebenspunkte und Mana-Regeneration dann aktivieren. Um hier in dem Bereich dann hier erstmal zu landen, also da unten und hier diese beiden Blöcke zu machen und natürlich auch die beiden Hauptknoten hier zu aktivieren. Ja, schade, dass ich hier jetzt nicht so einen Marker setzen kann, so von wegen, okay, da ist mein Ziel und die will ich jetzt mal noch so nacheinander aktivieren. Das wäre natürlich schon, also den nicht, sondern die hier unten. Genau, weil die hier bringen dann noch ein paar Elemental Resistant und Evasion und Armor Rating dazu. Ah, da hinten ist jetzt schon ein Tournament Spirit direkt hier unten, von dem ich ja auch irgendwie 500 erledigen soll, die von dem sozusagen angegriffen bzw. markiert worden sind. Kann ich den jetzt gleich mal nutzen, wobei der natürlich jetzt auch gleich, oh, der ist in den reingeflutscht. Dann kann er mir zumindest nicht mehr entkommen, aber es macht natürlich den dann auch etwas gefährlicher. Na, aber, so, Complete Killed, Killer Post Monster, Possessed Monster, okay, damit ist das auf jeden Fall, hat geklappt. Und ich dürfte jetzt auch die ersten von 500, glaube ich, waren es. Genau, hier, Kill Monsters, Touch by Tournament Spirits und 8 habe ich jetzt zumindest erwischt, durch die, an denen er vorbeigeflogen ist. Das war dann zumindest der Teil. Und mal sehen, was war jetzt hier, Complete Descent Count, was, okay, Killer Post Monster. Und Rescue Nawali hatte ich ja in der ersten Folge schon gemacht. Gut, dann bin ich da auch wieder einen Schritt weiter. Und mein Burning Arrow hat jetzt von 103 auf 104, okay, das war nicht so viel. Ja, jetzt gleich erstmal hier wieder einen Haufen Klimbim. Mal gucken, was ich davon sinnvollerweise gebrauchen kann. Steel Graved, Silken West und Chainmail. Ja, und natürlich die Cowboy Spirit. Also im Moment habe ich ja zum Glück hier jetzt noch keinen Zeitdruck, weil es gibt die Level schon später, wo ich sowohl beim Rein als auch beim Raus entsprechend schnell sein muss. Und kann ich jetzt erstmal nur noch die Klamotten angucken. So, da habe ich zwar mehr Armor, keine Lebensregenerationen, das werde ich dann nicht mitnehmen. Hier habe ich auch Lebensregenerationen drin, da sind jetzt zwar ein paar Resistance drin, aber sonst lohnt sich das nicht so sehr. Weil Armor und Energy Chilled sind ja sonst eh das gleiche. Hier habe ich mehr Lebensregenerationen und Fire Resistant, dafür auch mehr Energy Chilled. Dann nehme ich den erstmal rein. Okay, ich habe nicht genug Intelligence. Zumindest nicht, wenn hier... Naja, genau, hier habe ich plus 12 Intelligence, die habe ich so natürlich dann erstmal nicht zur Verfügung. Deswegen klappt das dann nicht. Okay. Okay, zumindest scheint nichts zu passieren, wo ich den jetzt mit mir trage. Weil auch da kann es böse Überraschungen geben. Vom Einstürzen der Höhle bis Schlimmeres. Wobei das Einstürzen der Höhle ist, glaube ich, das Schlimmste, weil das Wiederauferstehen der anderen Monster ist zumindest kalkulierbar. So, und jetzt hat er sein Spirit bekommen. So, und damit ist gleich noch die nächste Encounter abgeschlossen. Complete Masters Mission. So, da muss ich nur noch einen Kill Rare Monster, das Nemesis Mod, und eine Hooch Exile muss mir über den Weg laufen. Slay the Boss of a Corrupted Valsite Area. Ah, die Valsites, genau. Okay, das sollte sich auch relativ gut erledigen lassen, in der Hinsicht, sobald so eine Area auftaucht. Das, was etwas unplanbarer ist, sind die Hooch Exiles, weil die ja halt sehr sporadisch auftreten. Und schon habe ich meine erste goldene Strongbox, die ich jetzt einfach mal auslösen werde, ohne vorher nachzugucken, was es ist, weil jetzt aktuell sollten die alle noch ungefährlich sein. Da wird es mir noch nicht an den Kragen damit gehen. Es contains vier Additional Items. Ah, genau, Armor Box. Sehr schön. So, Split Arrow, mal gucken, ob der jetzt ordentlich zulegt. 61,5, naja, zwei Schadenspunkte mehr. So, da geht es dann auch schon zum Upper Prissen. So, damit ist jetzt auch schon der Currency-Einsatz erledigt. Und dann kann ich gleich noch zwei andere verwenden und auch noch hier den Armor aktivieren. Moment, das ist Blacksmith erstmal auf die Waffe. Und ein Armor auf das Teil. So, und dann sind schon mal drei davon auserledigt. Und dann machen wir den Ring gleich noch besser. Wer hat das random? Reforge es und enhance to a random property. Enhance a magic item. Das ist ein new random property. Achso, das hier war das normal to magic. Und hier ist ein Key of Items found. Dann machen wir gleich ein Reforge. Ja, das sieht schon besser aus. Und ein new random property. Gibt es noch einen dazu? Ne, hat schon zu viele. Hat schon drei Eigenschaften. So, das gleiche nochmal mit dem Lebensspender. Zehn Stärke und ein zusätzlicher Mod. Drei in Christ Armor. So. Soweit, so gut. Gleich schon mal die Sachen verwendet, die da sind. Und so, ich habe jetzt gerade schon mal eingestellt, dass letztlich die Items nicht mehr automatisch angezeigt werden, sondern dass der Filter jetzt aktiviert wird. Ah, da ist schon der Soulbound aus der Ebene. Der für die Runde, der, ja, sozusagen das Bossmonster in dem Level ist. Weil der Botus kommt natürlich erst in seinem eigenen Zwischenlevel. Was dann den Block erstmal abschließt. Die hat nur, achso, Mana Flask hat Level 8. In Christ Mana Recovered. Record Moose 15 Mana Recovered from Life and Used. Um Gottes Willen, das werde ich auf keinen Fall verändern. Sonst gehe ich nachher noch versehentlich drauf. So, Hatred war ich auch schon. Und Whisper in Essence of Hatreds. Also, auf zur zweiten Mission. Und dann wahrscheinlich auch schon eher auf Level 2. Oh, diesmal sind hier... Ah, okay, es sind keine dauerhaften, aber es sind zumindest diese Erscheinungen. Ah ja, genau, wenn ich das ausschalte... Das Damaging Totems and Can Contain Assistants. Okay. Ach ja, genau, das sind die Totems, die diese komischen Dinge erzeugen. So, wieder ein Level aufgestiegen. Wobei es natürlich hilfreich ist, den Skrippern gleich zu vergeben, weil ich hier den nächsten größeren Knoten aktiviere. Und damit schon 139 Schaden habe jetzt. So, auf den Karuri zu befreien. Diesmal ist es anscheinend kein springendes Totem, sondern das stehende Totem. Was dann immer nur diese Totenköpfe und die Botenfeuer zumindest macht. Also genau, die fliegenden Totenköpfe ist die eine. Die Boden, den Bodenschaden, das zweite. Und dann noch ein paar schnellere Projektile. Genau, da sind die Bälle unterwegs. Und er ist erledigt. Okay, also hier ist jetzt wieder kein extra Modus, der aktiviert wird. Sobald ich den Karuri-Spirit auf dem Rücken habe. Oder im Genick. Genau, er ist jetzt ein Level aufgestiegen und hat mir dann natürlich auch mehr zu bieten. So, da hinten ist die Wordenschambe, die auf mich wartet. Das ist ja interessant. Ich weiß nicht, ob es die vorher schon gab oder ob sie die neu gemacht haben. 35% Resistenzen für alle Elementals. Und vor allen Dingen auch 11% Quality. So, der letzte ist jetzt der Botus, aber jetzt werde ich erstmal Piety begegnen. Also, auf in den Kampf mit Botus. Du hast ja nicht mehr viel zu verstecken. Keine Hindernisse, kein Ausweichen. Aber gleich ist er schon geschafft. In der ersten Schwierigkeitsstufe ist es normal kein großes Problem. So, dann geht es jetzt weiter Richtung Mervel. Ja, die Folge ist jetzt relativ kurz, weil ich jetzt hier an der Stelle erstmal schon wieder aufhöre. Und, ja, die Folge heute abschließe. So, hier gibt es jetzt wieder, okay, Wellenblades. Nahkampfangriff mache ich auch nicht. Mine ist auch nicht. Blink-Arrow. Smoke-Mine. Ja, dann einfach Blink-Arrow. Das ist der Teleporter-Spell, der auf jeden Fall hilfreich ist. Soweit für heute. Jetzt nur letztlich die Prison. Und beim nächsten Mal geht es dann mit Prisoners Gate weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.